Hallo, mein Name ist Donna und ich komme aus einer kleinen Stadt in Vermont. Bitte like und abonniere mich. Als Kind habe ich bei meinem Vater und meiner Tante gelebt, die eine große Farm außerhalb der Stadt besaß. Meine Tante hatte fünf Kinder, die alle wunderschönes blondes Haar und blaue Augen hatten. Und ich hatte gebräunte Haut und lockiges schwarzes Haar, anders als alle anderen in meiner Familie. Das war für alle meine Cousins und Cousinen ein Grund, auf mir herumzuhacken. Willst du ein Geheimnis wissen, Donna? Du bist adoptiert. Ich finde, die Büffel sehen dir ähnlicher. Vielleicht sind sie deine richtige Familie. Und ich rannte weinend zu meinem Vater wegen all ihrer Kommentare. Alle sind so gemein zu mir, Daddy. Sie beschimpfen mich und sagen, ich sei adoptiert. Warum sehe ich nicht so aus wie alle anderen? Was ist los mit mir? Mit dir ist alles in Ordnung, mein Baby. Du bist sogar die Hübscheste von allen und sie sind nur neidisch. Also lass dich nicht von den Worten anderer beeinflussen, okay? Papas Worte konnten mich immer beruhigen und mir die Zuversicht geben, mich gegen meine bösen Cousins zu wehren. Unsere Balle ist in den Schweinestall gefallen. Donna, geh und hol ihn für uns. Ja, komm, ich helf dir hineinspringen. Aber bevor sie mich hineinwerfen konnte, gab ich ihr einen Tritt in den Hintern und sie landete im Schweinestall mit dem Gesicht im Schlamm. Donna! Ups! Sieht aus, als hättest du eine schöne Gesichtsbehandlung bekommen, um so hübsch zu werden wie ich. Dank des Trainings, das mir meine Cousinen und Cousins verpasst haben, konnte ich mich in der Schule auch ziemlich leicht gegen die bösen Kinder wehren. Aber als ich in die achte Klasse kam, hatte Papa einen Unfall in der Scheune und fiel ins Koma. Die Ärzte sagten, er habe eine gewisse Hoffnung, wieder aufzuwachen, aber das könne dauern. Und dann erzählte mir meine Tante etwas, das meine ganze Welt veränderte. Donna, du wirst von jetzt an bei deiner Mutter leben. Meine was? Papa hatte mir gesagt, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben war, aber jetzt sagt mir meine Tante, dass sie sehr wohl noch lebte. Was sagst du da, Tante? Papa hat gesagt, dein Papa hat gelogen, deine Mutter ist kurz nach deiner Geburt weggegangen, um Karriere zu machen und sie ist nie zurückgekommen. Also hielt es dein Vater für das Beste, dir nie von ihr zu erzählen. Das ist krank. Und warum erzählst du mir das jetzt? Wie soll ich denn mit ihr leben? Ich kann es mir nicht leisten, sechs Kinder allein großzuziehen. Ich bin eine arme Frau, du musst meine Situation verstehen, Donna. Natürlich war sie keine arme Frau, nur billig. Aber das war das Geringste meiner Sorgen, denn die Tante hatte eine neue Bombe auf mich geworfen. Meine Mutter. Sie wollte mich am nächsten Tag abholen und ich war sowohl nervös als auch wütend. Ich konnte es kaum erwarten, sie zu fragen, warum sie mich allein gelassen hatte. Aber stattdessen wartete eine Limousine vor dem Haus und die einzige Person darin war der Fahrer, heiliger Strohsack. Der Fahrer brachte mich zu einer riesigen Villa. Ich schätze, meine Tante hat nicht gelogen. Mama hat wirklich Karriere gemacht. Willkommen in ihrem neuen Zuhause, Miss. Ich bin Gilbert, der Sekretär ihrer Mutter. Einige Dienstmädchen brachten meine Sachen hinein und Mr. Gilbert zeigte mir mein Zimmer. Mir fiel die Kinnlade herunter, als ich sah, wie groß und schön es war. Und in den Schränken war alles von Kleidung bis Schmuck. Aber der ganze Tag verging und ich sah meine Mutter nicht einmal. Stattdessen begegnete ich einer alten Dame in den Fluren, die ein wenig verloren wirkte. Ähm, entschuldigen Sie, brauchen Sie Hilfe? Ähm, ich war auf dem Weg zu meiner Tochter, aber dann... Plötzlich erstarrte das Gesicht der Dame, als hätte sie ein Gespenst gesehen, und dann ging sie auf mich los. Du, wie kannst du es wagen, meine Lieblingskette zu zerstören, du Hexe? Ich werde dich nicht verschonen. Sie stürzte sich auf mich, aber zum Glück kam Mr. Gilbert rechtzeitig und zog sie zurück und die Dienstmädchen brachten sie ins Zimmer. Mr. Gilbert fragte mich, ob es mir gut ginge und erzählte mir dann, dass sie meine Großmutter war und Alzheimer hatte. Das bedeutet, dass sie oft Dinge vergisst und sich seltsam verhält. Später in der Nacht konnte ich nicht einschlafen, also schlich ich in die Küche, um etwas zu essen zu holen. Aber gerade als ich die Kühlschranktür öffnete, erschien ein Schatten hinter mir und wir schrien beide... Ah! Das Licht ging an und ich war fassungslos, als ich die Frau vor mir stehen sah. Mom? Die stand da wie eine Statue. Aber dann ging sie einfach weg, ohne ein Wort zu sagen. Was? Wollte sie nicht mit mir reden? Am nächsten Morgen setzten wir uns an den Frühstückstisch und sie sagte die ganze Zeit über kein Wort und sah mich nicht einmal an. Und ich drehte durch. Was ist das für eine kalte Haltung? Bist du überhaupt meine Mutter? Wenn du nicht willst, dass ich hier bin, dann sag es einfach. Sie stieß einen lauten Seufzer aus und sagte... Setz dich hin! Hä? Hinsetzen! Oh, niemals! Ich stürmte davon und ging zurück in mein Zimmer. Diese Frau war verrückt. Später kam Mr. Gilbert und erzählte mir, dass Mama mich an der besten Schule der Stadt angemeldet hatte. Wenn es ihr so wichtig ist, warum kommt sie dann nicht und sagt es mir selbst? Ich schlug die Tür zu, aber dann wusste ich, dass ich sowieso zur Schule gehen musste. Es war besser, als allein zu Hause zu sein. An meinem ersten Tag war ich auf dem Weg zur Klasse, als mich die Kinder umringten, als wäre ich eine Berühmtheit. Sie ist so schön, genau wie Beyoncé. Und die Jungs umschwärmten mich und fragten nach meiner Nummer. Was war da los? Ich war das hässliche Entlein in meiner Familie, aber hier waren alle verrückt nach meinem Aussehen. Ich versuchte wegzulaufen und stieß mit einem Typen zusammen. Ich war kurz davor zu fallen, aber er fing mich gerade noch rechtzeitig auf. Oh, danke, so... Donnerwetter, du bist so schwer. Wow, hey, du Trottel! Als ich mich vom Boden erhob, war er schon weg. Idiot! Und es stellte sich heraus, dass er in der gleichen Klasse war wie ich. Ich ging zu meinem Stuhl und wollte mich gerade setzen, als er ihn hinter mir wegzog und ich wieder auf meinen Hintern fiel. Du! Du bist sowas von... Ich stürzte mich auf ihn und wir fingen beide an zu kämpfen. Und wir landeten beide beim Nachsitzen. Nur wegen dir bin ich an meinem ersten Schultag hier, du. Ganz ruhig, ich hab nur versucht, nett zu sein. Die Kinder haben Tinte auf deinen Sitz verschüttet, um dir einen Streich zu spielen. Aber du hast mich vorhin auch fallen gelassen. Nun, du warst einfach so schwer. Was hätte ich denn tun sollen? Hier, nimm das als Entschuldigung. Er gab mir eine hübsche Rose, aber gerade als ich sie hielt, rückte er sie zusammen und Wasser spritzte mir ins Gesicht. Das ist dafür, dass du mich zum Nachsitzen gebracht hast. Ah, du Trottel! Später fand ich heraus, dass er Joey hieß, der klügste Junge in meiner Klasse. Aber er war so nervig. Er konkurrierte immer mit mir und ärgerte mich die ganze Zeit. Ein paar Tage später, als ich nach Hause kam, teilte mir Mr. Gilbert mit, dass meine Mutter mich zu einer Party mitnehmen wollte. Wow! Sie hatte sich endlich daran erinnert, dass es mich gab? Ich wollte schon ablehnen, aber dann fiel mir ein Plan ein, wie ich ihr eine Lektion erteilen konnte. Oh, das klingt toll! Sag ihr, ich werde kommen! Die Dienstmädchen brachten mir ein superschönes Kleid und ich ging aufgetackelt die Treppe hinunter. Auf dem ganzen Weg zur Party sagte Mama kein Wort, wie immer. Als wir dort ankamen, nutzte ich die Gelegenheit, mich allen vorzustellen. Ich kletterte auf die Bühne, auf der die Band spielte, zog mein schickes Kleid aus, um die hässlichen Klamotten zu enthüllen, die ich darunter trug. Hallo alle zusammen, mein Name ist Donna und ich bin hier mit meiner Mutter, die mich mit so viel Liebe behandelt. Und seht, sie hat mir dieses hübsche Kleid für diese super langweilige Party besorgt. Wer denkt noch, dass diese Party scheiße ist? Ich konnte die Leute kichern hören und Mama sah total verlegen aus. Mein Plan hat funktioniert. Aber gerade als ich von der Bühne gehen wollte, stolperte ich und stieß mit einem Kellner zusammen, der das Tablett voller Getränke fallen ließ. Es war eine Sauerei. Ich sah ein paar Wachleute in meine Richtung laufen und rannte los, um meinen Hintern zu retten. Aber am Ende krachte ich in keinen geringeren als Joey. Was machst du hier? Da es mein Zuhause ist und die Party meines Vaters, sollte ich derjenige sein, der dir diese Frage stellt. Verfolgst du mich etwa? In deinen Träumen. Aber es war sein Haus? Verdammt nochmal. Die Wachen waren immer noch auf der Suche nach mir, also versuchte ich Joey auszuweichen. Aber er nahm meine Hand und zog mich in einen Raum. Was machst du da? Schst! Als sein Finger mein Gesicht berührte, spürte ich einen Funken, aber dann stieß ich ihn weg. Ich brauche deine Hilfe nicht. Na gut, ich rufe die Wachen, bin gleich wieder da. Wach! Ich versuchte ihn vom Schreien abzuhalten, aber wir fielen beide auf das Bett. Nebeneinander. Ein paar Sekunden lang starrte ich ihm in die Augen, aber dann stand ich schnell wieder auf. Was zum Teufel war mit mir los? Ich saß mit ihm in diesem Zimmer fest und überraschenderweise war es gar nicht so schlecht, mit ihm abzuhängen. Er zeigte mir seine Sammlung von Actionfiguren und es stellte sich heraus, dass sein Lieblingskanal auf YouTube My Story Animated war, genau wie meiner. Wir haben uns tatsächlich stundenlang unterhalten. Plötzlich merkte ich, dass es schon ziemlich spät war und er bot mir an, mich nach Hause zu begleiten. Wenn du in Wirklichkeit nett bist, warum ärgerst du mich dann immer in der Schule? Nun, weil du das klügste Mädchen bist, das ich kenne. Du gibst nie nach und machst mit mir immer einen harten Wettkampf und das mag ich an dir. Puh, hatte er mir gerade seine Gefühle gestanden? Als wir zu Hause ankamen, wusste ich, dass Mama wie ein wütender Stier auf mich warten würde. Aber stattdessen wurde sie von meiner Oma angeschrien. Du tauchst doch zu nichts, du Versagerin. Ich hätte dich in einem Waisena auslassen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Wie kannst du nur so dumm sein? Ich brauche deine Hilfe nicht. Mit diesen Worten stieß sie Mama so heftig, dass sie auf dem Boden landete. Ich konnte nicht anders, als nach vorne zu rennen und sie aufzufangen. Geht es dir gut? Ich konnte sehen, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten, aber dann rannte sie einfach zurück in ihr Zimmer und schloss die Tür fest zu. Zum ersten Mal hatte ich Mitleid mit Mama. Sie musste ihre eigene Mutter in einem so schlechten Zustand sehen. Etwas, das sogar mir das Herz brach. Vielleicht war das der Grund, warum Mama so seltsam und kalt war. In derselben Nacht fühlte ich mich sehr unwohl, also besorgte mir Mr. Gilbert Medikamente und die Dienstmädchen kümmerten sich um mich. Und zum Glück war mein hohes Fieber nach ein paar Tagen weg. Aber als ich Papa später in der Woche im Krankenhaus besuchte, erzählte mir sein Arzt etwas Schockierendes. Papa war nach einer Weile aus dem Koma erwacht und hatte nach mir gefragt. Der Arzt war nicht in der Lage, mich zu erreichen. Also kontaktierte er meine Mutter, aber die sagte, ich sei nicht erreichbar. Was? Und jetzt, wo ich ihr endlich eine Chance geben wollte, tat sie das? Ich kochte vor Wut und stürmte in den Raum, in dem sie ein Geschäftstreffen mit ihren Freunden hatte. Warum? Warum hast du das getan? Du hättest mir sagen sollen, dass Dad wach ist. Donna, du warst... Sprich meinen Namen nicht aus. Du bist keine Mutter. Du hast mich im Stich gelassen. Nachdem Dad ins Koma gefallen war, war ich am Boden zerstört. Aber ich fühlte etwas Hoffnung, als ich von dir erfuhr. Und ich sagte mir, dass du einen guten Grund gehabt haben musst, mich zu verlassen. Aber ich glaube, du bist einfach eine schreckliche Mutter. Ich will dein Gesicht nicht mehr sehen. Unter Tränen stürmte ich aus dem Haus. Ich wusste nicht einmal, wohin ich gehen sollte. Also rief ich Joey an. Er holte mich ab und brachte mich zu ihm nach Hause. Was ist passiert, Donna? Ich erzählte ihm alles, die ganze Wahrheit über meine Mutter und wie sie der schlimmste Mensch aller Zeiten war. Dann umarmte er mich fest. Das wird alles wieder gut, Donna. Es geht dir bald wieder besser. Er hielt mich eine Weile fest und ich fühlte mich in seinen Armen ganz ruhig. Als ich mich von ihm lösen wollte, schaute ich in seine wunderschönen Augen und er beugte sich zu einem Kuss vor. Das war das Beste, was mir seit Tagen passiert ist. Doch dann erhielt ich plötzlich einen Anruf von Mr. Gilbert. Mama wurde ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie einen Unfall hatte. Ich eilte sofort ins Krankenhaus. Als ich dort ankam, erzählte mir Mr. Gilbert, dass sie auf der Suche nach mir war, als sie mit ihrem Auto einen Unfall hatte. Ich blieb dort, bis die Ärzte sie behandelt hatten und erklärten, dass es ihr gut ging. Aber als ich gerade gehen wollte, hielt mich Mr. Gilbert auf. Miss, Sie sollten bleiben und mit ihr reden. Nein, ich will Sie nicht sehen, Mr. Gilbert. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Sie hasst mich und... Nein, Miss, sie liebt Sie. Das tut sie wirklich. Auf dem Fest hat sie jeden zurechtgewiesen, der sich über dich lustig gemacht hat. Und als du so hohes Fieber hattest, hat sie dich Tag und Nacht beruhigt. Deshalb hat sie auch niemanden gebeten, dich zu wecken und dir von deinem Vater zu erzählen, weil sie wollte, dass du bald wieder gesund wirst. Erinnerst du dich nicht? Was? Nein, ich erinnere mich nicht. Ich dachte, es waren die Dienstmädchen. Aber warum sagt sie es dann nicht selbst? Warum will sie nicht mit mir reden oder ihre wahren Gefühle zeigen, wenn sie mich wirklich so sehr liebt? In diesem Moment hörte ich ihre Stimme hinter mir. Es tut mir so leid, Donna. Ich dachte nur, du hasst mich, weil ich dich verlassen habe. Und ich konnte mich danach nicht mehr dazu durchringen, dir gegenüber zu treten. Aber warum? Warum hast du mich verlassen, wenn du mich geliebt hast? Warum hast du dich all die Jahre nicht bei mir gemeldet? Ich wurde von einer sehr unfreundlichen Mutter aufgezogen. Sogar jetzt noch, wenn sie ihr Gedächtnis verliert und zu ihrem alten Selbst zurückkehrt, macht mir das Angst. Nachdem ich dich geboren hatte, bekam ich Angst, dass ich nie eine gute Mutter sein könnte. Dass ich so enden könnte wie meine Mutter. Also dachte ich, es wäre das Beste, wenn du bei deinem Vater aufwächst. Und empfindest du immer noch dasselbe? Nein, als du wieder in mein Leben getreten bist, habe ich all diese Liebe für dich empfunden und wollte dir alles geben. Aber ich konnte es nicht ausdrücken, dir nicht einmal in die Augen sehen. Also bitte, verzeih mir, verzeih mir, dass ich so eine schreckliche Mutter war. Mama, bitte weine nicht. Ich wusste nicht, dass du eine so schwere Kindheit hattest. Aber du hättest uns eine Chance geben sollen. Nach allem, was ich gesehen habe, was du für mich getan hast, weiß ich, dass du keine schlechte Mutter bist. Also bitte, hab keine Angst und laufe dieses Mal nicht von mir weg. Versprochen? Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es.